Was? Was? Oh, scheiße, digga. Oh, cringe. Oh, digga. Digga, der fuckt mich so ab, der Typ. Holy shit. Digga, der fuckt mich so ab. Nice. Ja, dann halt erstmal Wechselunterricht. Also sehr wahrscheinlich eigentlich schon ab nächste Woche. Es ist halt die Frage, ob nächste oder halt übernächste Woche ich dran bin. Wenn wir immer nach Namensliste gegangen wird, dann nächste Woche tatsächlich auch schon. Was? Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht so Stealthy Strongholds etwas ausgebreitet. Maybe. Ich glaube, es werden jetzt keine riesigen Map-Updates kommen. Oh Gott, war der kacke. 3 zu 1 Z-Shot sniped. Was? Oh, let's go. Nice. Oh, was? Oh no. Der hat, der hat nicht mehr so viel Bock drauf. Dad, so muss das. Let's go. Oh, oh. Oh nice, let's go sandwich Weil ich Bock drauf Rechts muss ich so schnell wie möglich hier irgendwie killen können Und ich hab den Kill nicht bekommen, nice, auch sehr sehr gut Oh Digger, das ist 74 HP Okay 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 Ich hab nicht mal Mads Will ich auch mal so Dass wir einen 30er Hit machen Okay Okay So muss das. Ganz easy. 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 Genorm. Scheiße, Digga. Lösch das Game. Bitte. Ganz easy. 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 Das war's. Oh Gott, das war schlecht gespielt. Oh Gott, das war feels close. Oh Gott, das war schon ganz gut destroyed. Oh Gott. Ich bin so kacke. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott.